Musik So, von hier aus laufen wir jetzt los. Das ist Janosch. Janosch begrüßt immer alle auf der Anlage. Er ist riesig, aber er ist ganz lieb. Nicht alle mögen Janosch. Das ist Messi. Das ist eigentlich so, ja, im Moment eines meiner jüngsten Nachwuchspferde. Wenn die Pferde so aus dem Baby- und Grundschulalter raus sind, dann machen wir eben den nächsten Schritt. Das ist dann so wie Gymnasium oder nachher eben das Studium. Und das ist ja nicht selbstverständlich, dass die Pferde gleich auf so großen internationalen Turnieren gehen können. Sondern da muss man sich wirklich die Zeit nehmen und den Pferden erstmal die Möglichkeit geben, unter ganz einfachen Anforderungen überhaupt erstmal die Atmosphäre kennenzulernen. Musik Hier ist unser Springplatz. Da haben wir jetzt nur noch wenige Sprünge stehen. Das ist, ja, der ist eigentlich auch das ganze Jahr über zu bereiten. Wir haben hier so einen kleinen Rasenrobo, der immer rumfährt und mäht. Und da es jetzt in die Hallensaison geht, haben wir hier schon ein bisschen abgebaut. Was ist dieser Springplatz? Wie gesagt, wir haben hier schon noch ein paar Sorgen. Viele Verbesserungen? Wie gesagt. Ich hab mich gleich wiederusiast. Allerdings, wenn wir dann nicht mal und einfach mal, will ich es mal einfach mal zusammen gehen. Nur ein, wir haben hier, was ich dann ja auch noch mal. Ich hab mich doch mal, weil ich doch Bienen- und ich weiße. Ich hab mich doch mal alleine. Was ist das? Bis zum nächsten Mal.